Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... ...von Minecraft, von Skyrim natürlich, in hübsch! Aua! Hallo! Ey! Nein! Ich bin ein Idiot, wieso nehme ich... Ich kann auch schreien. Wieso schreie ich nicht? So. Stopp. Ich nehme... ...Shield. Und, äh... Einfach mal Drachenflug. Ach. Jetzt bin ich schon... ...down geburnt. Ich werde wenjenigen finden, der das getan hat. Ich bin so schlecht. Na. Komm, ich mach mal über... Drachungsangriff. Warte, stopp. Hallo! Damit wäre das erledigt. Schon wieder so ein... ...Scheiß Gegner, ne? So. Was? Jetzt gehört dir dir. So, stopp. Jetzt. Drachenflug. Drachenflug. Rüstung. Gut. Und... 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 Da trankt der Heilung. Trankt der Klagen Heilung. So. Genug. Genug. So. Ende. Färgendolch. Färgendolch. Ja. Boah. Der sieht ja geil aus. Da kann ich ja noch mal Gold abbauen. Wie schön. Du trägst zu viel. Du kannst nicht trennen. Wie scheiße ist denn das? Gut. Dann heißt es mal eben, äh... Nein. Fallen lassen ist er. Äh... Ja. Was haben wir noch? So, was ich so wegwerfen kann. Ah, die ist so teuer. Schild der Klingen. Gut. Dann habe ich wieder... Genügend. Und, äh... Speichern noch mal kurz. Je mehr speichern. Je mehr speichern. Gold bachen. Boah. Hier wird man ja mit... Gold zugestüttet. Naja, nach diesen... Nach dieser Folge würde ich... Werde ich mich... Würde ich mich... Werde ich mich, äh... Noch ein bisschen mehr um die Hauptaufgaben... Also um die Hauptquests kümmern. Würde ich mal sagen. So. Speichern. Ich möchte nicht wissen, was passiert. Goldader abbauen. Ja, wieso nicht? Habe ich noch eine? Habe ich noch mehr Golderz? Als ob ich schon nicht... Als ob ich nicht schon genug hätte. Diese Erzader ist erschöpft. Da habe ich noch eine. Hier wird man ja wirklich zugeschüttet mit Gold. Und Gold ist auch noch so wertvoll. Hoffe ich jetzt mal. Wäre dumm, wenn nicht. Speichern. Speichern. Ja, ich bin schon keine Angsthase. Und... Nein, nicht den Fluch. Gib mir den Bogen. Vor allen Dingen. Ich möchte gerne mal wissen, was dem passiert. Wenn man den richtig geil aufbrezelt. Ach. Da sind wir ja schon wieder draußen. Hm. War also nichts... Schlimmes oder so. Gut, aber... Was schön ist... Hier nebenbei können wir dann direkt schmelzen. Und zwar einmal... ...den Eisenbachen. Und ein paar... ...Hallo-Goldbachen. Jetzt muss ich jetzt alles so machen. Wieso kann ich das nicht direkt machen? Einfach mal so als Frage. Wieso muss ich jetzt 15 Mal da hin und her klicken? Hm? Das ist ziemlich... ...nervig. So richtig... ...ziemlich... ...nervig. Hier hat... ...äh... ...hier war die Sky-UI noch nicht... ...dran und hat hier irgendwas gemacht. Da oben müsste noch irgendwas sein. Scheinbar... ...sehe ich jetzt nicht... ...ich laufe jetzt... ...oder ich springe jetzt als erstes mal nach. Weißlauf. ...um da meine schönen Metalle zu verdicken. ...komm... ...zeige... ...hattet der Helm Zähne? ...sahit zumindest so aus. So, Schmiede. Lass mal ein bisschen Schmuck machen. Und zwar... ...haben wir keine makellosen Diamanten oder sowas. Ach doch. Ja. Komm, machen wir mal sowas. ...und dann noch ein paar goldene Heizketten. Wir haben es hier. Oh. Schon das nächste Level erreicht. Oh, ich glaube, da können wir ein bisschen mitleveln jetzt im Moment. Zack. Schon wieder das nächste Level. Ja. Wieso nicht, ne? Schon wieder das nächste Level. Noch ein Level. Haben wir jetzt gerade vielleicht 10 Level damit gemacht oder so? Ne, 21 haben wir angefangen. Okay. Eisen haben wir nichts, 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 nichts. Guss-Eisen in den Topf. Oh. Versuchen wir mal. Bringt nicht viel. Schade. Gut. Damit haben wir unsere Sachen gemacht. Jetzt müssen wir nur noch warten, dass es hell wird. Okay. Ja, PM. Komm, machen wir mal so 11 Stunden. Dann geht die Nacht auch schön vorbei und der Tag bericht dann und alles wird dämmern. Und es wird rote Rosen regnen und... Nein. Ähm. Hallo? So. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Vergebt... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre... Ich hätte gerne... Kennt ihr meinen Vater? Er ist der... Ich helfe meinem Vater... Hm. So. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja. Du hast auch genügend Gold dafür. Also, ähm... Er ist abgeschworenen Schwert bekommst du natürlich. Dann bekommst du die Handschuhe, Klingensachen. Ja, wieso nicht? Und... Ah, ich kann dir ja das nicht geben. Äh... Stümpe, ja. Schild abnehmende Magie. Äh... Äh... Brauche ich jetzt nicht zu verkaufen. Äh... Das muss ich wohl dann woanders machen. Gut. Den Gusseiser in einen Topf kannst du dir auch nicht verkaufen. Schade. Hm. Bleibt auf der Hut. Ihr denkt, dass all der... Werft einen Blick darauf. Ich würde jetzt nochmal gerne gucken, was du hier hast. Der Glut. Der Glut. Das ist doch cool. Das Ding ist auch cool, aber es ist, äh... Jagdbogen. Frostresistenz. Das Beschwörens. Ja... Ja... Behehrt mich bald wieder. Wir haben kleine und große Waffen. Streit. Die besten Waffen und Rüstung. Bei dir kann ich das ja natürlich auch nicht verkaufen. Das wäre auch doof. Das ist schön mit euch geschäftlich zu machen. Dann, ähm... Würde ich gerne... In dieser Folge noch meine... Rüstung... Ah, nein, die habe ich ja schon aufgerüstet. Nein, ich würde gerne meinen... Abgeschworenen Bogen verbessern. Ich warte. So. Ich warte. Ja... Ja... Boah, du siehst jetzt schon böse aus. Naja... Dann, ähm... Wird unsere neue Stufe verteilt. Und... Ja, komm, stecken wir noch ein bisschen in den Ausdauer. So. Und... Cool, dass wir Redekunst schon auf Level 36 haben. Äh... Ja... Ja, was machen wir jetzt? Schleichten. Dreifacher Schaden. Ja, auf jeden Fall. Wenn es nichts Schöneres gibt, dann, äh... Nehmen wir das auf jeden Fall. Schießkunst. Ah, schön. Okay. Okay. Ja, ne... Brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Zweinig brauche ich schonmal gar nicht. Schmiedekunst. Elfische Schmiedekunst. Verstärkte Sch... Ich würde gerne Vulkanglas haben oder Arcane. Hier... Schmieden. Du kannst Stahlwurst und Waffen schmieden. Stellen und doppelt so effektiv machen. Äh... will ich jetzt mal nicht ja ich will schon sagen wir nehmen hallo gehen weiter weiter schleichen nehmen wir und zwar das hier es wird ja ideal passen und dann laufen wir noch mal hoch zu unserem hof magier und gucken danach ich habe meiner mutter dabei obst und gemüse zu verkaufen ja ist ja schon gut sturm ente kaiserliche und wir werden so ab zum hof magier wollen ja schließlich noch was verkaufen wir wollen noch die folge vielleicht noch zu den graubärten reisen vielleicht wollen wir es schaffen ich glaube wir schaffen es noch ich bin mir nicht sicher aber kann gut sein was ich denn da speichern werde in letzter zeit hat es den anschein als würde dieser verfluchte konflikt jeden leidenschaftslos zurücklassen ich hatte euch für einen magier gehalten ich denke das wird euch gefallen so ja geil wie viele ja genau und dann kannst du mir mal so ein bisschen boah ist aber teuer hier ne also wirklich schutz streitachs ne aber ey du kannst mir dafür mächtige seelensteine geben ja oh ja mächtige seelensteine so so also ich habe jetzt einen mächtigen seelenstein und dafür mal gucken was ich damit anstellen kann wenn ihr die entsprechende begabung habt solltet ihr die akademie der magier in winterfeste besuchen ich magier nein auf gar keinen fall ja so entzaubern in der magie wohnt eine gewisse ruhe man nicht sie ist eine einfache energie kontrolliert von denen die das wissen und den willen dazu besitzen gegenstand ich nehme mal den ich nehme mal den helm und den möchte ich verzaubern und zwar mit äh hallo ich möchte so eine resistenz haben magieresistenz kann ich nicht drauf machen das ist doch scheiße verzaubern ausdauerschaden blitzschaden furcht magie schaden ne so lederarm schienen magiker verstärken magiker verstärken waffenlos verstärken verstärken es brauche ich ja alles nicht ausdauer steigert ausdauer um 20 punkte ne brauche ich ja auch nicht ich bräuchte so eine resistenz da magieresistenz besucht ihr die drachen feste um über die andauernden feindseligkeiten zu diskutieren wie die anderen großen krieger schade verzauberung abbrechen in letzter zeit hat es den anschein als würde dieser verfluchte konflikt jeden leidenschaft lust zurücklassen ich persönlich ziehe ja meine bücher und zaubersprüche vor ja das weiß ich so ist leider nicht viel geworden egal wir haben das was wir haben wollen wir haben jetzt auch schon wieder 22 minuten schon ja und ich würde sagen das war es dann auch für heute oder ja und bis zum nächsten mal ich gehe nochmal kurz hier speichern wie immer und ja ciao haut rein